Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wetterprognose von Kühn. Ja, Temperaturprognose für morgen, den 11.04.2020 um 7 Uhr und 14 Uhr. In Bregenz sonnig 8 Grad und 21 Grad. Innsbruck sonnig 10 bis 22 Grad. Lienz heiter 8 Grad bis 18 Grad. Klagenfurt heiter 7 Grad bis 20 Grad. Salzburg bewölkt 7 bis 21 Grad. Grad bewölkt 8 bis 19 Grad. Lienz heiter 7 Grad und 19 Grad. Wien heiter 7 bis 19 Grad. Sankt Böden heiter 18 bis 19 Grad. Zettel bewölkt 5 bis 17 Grad. Das war's heute schon wieder. Bis bald. Eure Kuh, Lucy.